willkommen zurück zu drakensong online gerade aus dem live stream hat man schon gesehen und ich zeige es noch mal es gibt einen neuen bonus code und zwar lautet dieser warte ich heiltränke und 300 euro das händchen kann man einfach dazu buchen wie gesagt landet im inventar kann einfach dazu buchen 22 tage normales premium und dann habe ich jetzt nur noch 22 tage normales premium verstehe ich nicht na gut egal alles klar ich würde sagen viel spaß damit und bis zum nächsten mal ja